Susanne, du hast ja bei der letzten Challenge leider verloren. Ja, weil dein Ehrgeiz einfach zu groß war. Sonst hättest du gewonnen, wenn du diesen Turm einfach in Ruhe gelassen hättest. Aber ich kenne das. Ich glaube, ich wäre genauso gewesen. Ja, für dich gibt es jetzt eine Dusche, aber das mit Spänen, eine Späne-Dusche quasi. Soll ich dir noch ein bisschen Shampoo reichen? Ihr beide macht das, ne? Du bist Azubi, ne? Das wird die sich merken, die Susanne. Da würde ich mich nochmal überlegen. Ja, du wünschst dir viel Spaß. Ich gehe mal ein bisschen weit weg, damit ich sauber bleibe. Danke. Ja. Darf ich die Brille anziehen oder? Musst du, ja, musst du. Ist extra für lockiges Haar. Ist extra für lockiges Haar. Aber können wir das hier nicht zumachen oder so? Halt die Luft an. Okay. So frisch. So locker. So holzig herb. So Sägemehl. Oh nein, Susanne. Oh Gott. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Ja, wie ihr seht, alle haben was zu lachen, außer die Susanne. Oh Gott, du tust mir recht rein. Aber das gibst du denen auf jeden Fall wieder. Ja, klar. Nächste Woche. Ne? Ja, ich hoffe, dass jeder hat euch wieder gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst dich zu abonnieren. Tschüssikowski. Tschüss. Vielen Dank.